Scheiße. So, herzlich willkommen zurück bei Netflix und Minecraft. Ich bin mal kurz losgucken. Okay, jetzt geht's weiter. So, ich glaube, die ist grad nicht mehr da, Natalie, oder? Ist die noch da? Natürlich bin ich da. Ich bin immer da. Bitte seh mich nicht. Die Bitch ist anwesend. Bitte seh mich nicht. Hahaha! Kliber hat mich jetzt gesehen. Oh, ich schreibe mich da nicht so, bist du? Oh, ich schreibe mich da nicht so, bist du? Oh, ich bin so blöd, ich bin noch vorne in mein Haus rüber gerannt. Und so ein bisschen anwesend. Wir haben einen Tunnel gebaut, erst letztes Mal. Wieso bin ich da nicht durchgegangen? Ahhhh. Oh, man will ich drum. Wo bist du eigentlich? Im Tunnel. Oh! Hä, gar nicht. Na klar. Hä, wo bist du? Ich glaub gerade Richtung mein Haus. Wo bist du? Ich laufe gerade Richtung mein Haus. Richtung. R-Richtung. R-Richtung. Dein R-Richtung. R-Richtung. Was? Was? Ups, ich hab die Tür vor. Nein, Alter, nein, nein, nein. Oh. Hust. Hier dein Schwert. Hör auf, ich geb dir dein Schwert. Das ist sowas einzige, was ich gerade dabei hatte. Hör auf. Ich hab einfach nur in der Hand. Nicht was? Ich bin einfach nur in der Hand, sagt die. Hör auf. Trau dir nicht. So, was machen wir am besten jetzt? Ich hab einen D, wir bauen jetzt dieses Ding aus. Oder? Ja. Mit Holz? Ja. Oder Cobblestone. Was nun? Äh, ich würde sagen, den Boden mit Cobblestone und die... Nein, andersrum. Den Boden aus Holz und Holz, ja. Und, 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 und. Wende mit Cobblestone und mit Cobblestone. Okay, okay. Ich hab ganz viel Holz. Und jeder weiß, Holz ist cool. Aha. Hör ich nicht. Sag jetzt, sag Holz ist cool. Ich hab' nicht. Ich hab' nicht geschwul. Ich hab' nicht geschwul. Ähm. Hör ich nicht geschwul. Sag es, Holz ist schwul. Nee. Hey, sag es, Holz ist schwul. Ich bin schwul. Ich bin schwul. Ich bin nicht schwul. Nein, ich bin schwul. Naja, so wie ein Blatt an der Blume. Ich bin schwul, ich bin nicht schwul. Ich bin schwul. Beim Ich. Ich, 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 ich. Ich, 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 ich. Ich, 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 ich. Nein, Spaß, jetzt fängt es schon wieder an. Ich, 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 ich. Ich, ich, ich. Ja, das. Das war noch Zeitgucken, bevor es aus gestern gewesen. Wieso? Ach, wirklich? Oh. Ah, mich juckt. Ah, ich hab ja auch Co-Bläst uns. Aber nicht so viele wie du. Ich hab, ich hab Massen. Ich, 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 wirklich? Ich hab nichts weiter. Hm. Hm. Ha, bitte. Lalalalalalalala. Nein, ich hoffe zu sehen, ich singe nicht. Ja, das klingt vorschul. Was? Das mich gerade beleidigt, oder? Leute hat mich gerade beleidigt, oder? Weiß nicht. Oh. Das gibt der Argument. Döner Man. Bobo Man. Kennst du Bobo noch? Nö. Ach, der den Ausgeburt gemacht hat? Nein, den du wir tötet hast. Den du getötet hast. Naja, weil es sich nicht gespringt hat. Naja, weil es sich nicht gespringt hat. Dachte, es kommt ja, weil er dein Haus kaputt gemacht hat. Gewonnen. 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 Weiß wohl nicht was, aber gewonnen. Gewonnen. Ich muss sagen, auch ich sage es nicht. Du bist doof. Du bist doof. Ja, das soll nicht gemeint. Ich meine, was was voll hardcoremäßiges. Keks. Nein. Was ist voll hardcore? Keks. Ja, vor allem Keks. Ich verbaue mir die Sicht. Wasser. Wasser, 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 Wasser. Oh, es ist Tags. Äh, Tag. Es ist Tags. Tagsüber. Ist bei dir auch Tags? Nein, bei mir ist es noch. Nachts. Bei mir ist es Tags. Taxi. Wie? Hm. Hier könnte.. Aber es kommt keine. Wieso nicht? Es kommt doch nicht. Nicht jetzt. Hast du eigentlich auch ein paar Rails? Ja, irgendwo. Irgendwo einsortiert. Na, das ist ja. Weißt du, wenn ich in dein Haus komme, du hast lauter Kisten, ich habe drei. Bei mir ist das alles sortiert. Ich komme mir irgendwie voll schäbig vor. Oh mein Gott, 20 Uhr, 20 Uhr, ich immer denke mich, ach nur darum mit dem Schuss. Natürlich ist das nicht. Ja. Ja, da war es nur noch einer. Warum sie überhaupt abgekackt ist. Naja, wie das jetzt mal bestimmt hier lang hält, kann ich nicht glauben, dass es... Oh mein Gott, eh, schon wieder, so wieder. Und die muss wieder abkackt, das verstehe ich nicht. LOL. Was? Achso. Achso. Ja, das ist jetzt so eine Aufnahme drin, oder? Doch, vielleicht. Ja, egal, das war jetzt das erste Mal. Das hast du mal jetzt leider doch. Ey, yo, Bruder, bring mich nicht zum Lachen, wenn ich trinke, ja? Ja, weil dann genau das passiert. Ja, was auf, was auf an deiner Flasche. Du bist so gemein zu mir. Los, dann bau doch mal der... Ja, ich bau doch gerade schon, das willst du eigentlich. Ach, viel ist... Oh, den Boden. Viel ist nur das, was du nicht willst. Ich... ...bootete gestern nach Hause. Was, du botest denn nach Hause? Das ist eine lustige Geschichte. Also, in Nachhilfe, ja? Nee, das wird bloß. Da war einer, der war in der sechsten Klasse oder so, und der musste so Werben einsetzen in so einen Text. Und auch andere Wörter, also auch Nomen und Adjektive. Und dann hat er in ein, äh, in eine Lücke eingeführt, wo ein Wort hätte rein müssen, hat er Brett reingeschrieben. Mhm. Ja, was heißt Brett? Ein bisschen Name. Nein. Achso, Brot. Ja, und der hat geschrieben, und dann hab ich... Ich fand das so lustig, dann hab ich geschrieben, gestern Abend broteten wir nach Hause. Ja, ich fand das so geil. Ja, der fand es sich nicht so lustig, sogar die Lehren hat ihn ausgelacht, aber ich fand es lustig. Broteten wir nach Hause. Gestern Abend broteten wir nach Hause. Und ich hab aus Brotbrot gemacht, broteten wir nach Hause, weil ich das irgendwie auch gut fand. Naja. Wunderbar, weil ich schwöre mit, ich schwöre bei Gott. Oh, hallo. Hm. Hilfe. Ich schwöre, irgendwann mal, ja. Steht Broteten und warb in Duden. Ja, als er andere macht. Ja, bin ich an der Macht. Das sag ich dir. Oh, ja, jetzt sind die Gefälle vertreten. In der Rechtsstreitmacht, da ist so jetzt nicht hier. Aha. Da kommen wir mal so. Hier werden keine nachgelandet. Was? Das kapiert es nicht. Oh, man ey. Was denn, Mann? Hm? Achso. Ja, ja. Leute. Das ist heute auch ein bisschen extrem geworden. Kurz ein bisschen Wörter machen. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Warum die immer heute so abscheißen, das verstehe ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, wie der Titel heißt. Sein oder nicht sein. Das ist ja die Frage. Ich wollte eigentlich wirklich schreiben, sein oder nicht sein. Wolltest du das echt schreiben? Ja. Echt jetzt? Ich schreibe das auch. Hahaha, geil. Oh Mann ey, jetzt guck ich die mal auf den Server. Nee, die kannst du schon auf den Server. Anna, aber was ist denn heute los? Ich weiß nicht. Ich bin scheiße. Das Irland mag dich nicht. Irgendwie mag mich zur Zeit niemand. Schon nicht. Okay, ich will auch nicht. Wenn du noch immer abkackst, dann mach, ist es dann mal schlussvoller. Machen wir es dann später. Also morgen dann versuchen weiter. Okay. Internet kackt nicht ab. Tut uns leid, wenn du noch mal abkackt, weil das es dann sinnlos ist. Leute. So bad. Dann passt das Wort sein oder nicht sein total gut. Trotzdem. Sein oder nicht sein. Und keiner weiß, was es bedeutet. Da guck ich dies an. Oh, okay. Die ganze Erde, die ich schon weggetragen hatte, muss ich jetzt alle nochmal wegmachen, weil sie sich wieder hinzugefügt hat. Lach noch einmal, Jun. Apropos, was ich erzählen wollte. Kennst du den Witz? Ey, wenn du mir das andere Auge auch noch ausstichst, dann guck ich dich nie wieder an. Hast du schon so oft gesagt? Ja. Ich finde ihn einfach gut. Ich finde ihn echt gut. Du nicht. Scheiße, 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 komm mal her. Mann. Fuck, ich habe mich gerade eingebaut. Warte, 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 warte. So, hier, ich helfe dir. Ayo. Abtragen, 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 auftragen. Bahen, baruen, baum, 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 baum. Oh, das war eigentlich nur ein Baum. Was denn? Nichts. Ayo. 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 Ja, guten Tag. ich brauche eine neue Schaufe es ist dunkel jetzt brauche ich eine neue Schaufe scheiße es gab grad technische Probleme also eigentlich nicht technisch sondern eher gesagt familiäre Probleme ich wurde kaputt nein nicht so was aber ich brauche nicht mehr so also könnte das Gefühl wenn eine Mutter sich über sich aufregt und mit einem Messer in deinem Zimmer steht jetzt geht's ab jetzt geht's Tode ja und dann wie mein Gott stopp stopp Blut 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 Bad yeah yeah so und schau oh meine Decke tropft also irgendwie finde ich den Bug den wir vorhin hatten ja irgendwie schon toll was der ist repariert ja das war aber sowas wie Cheaten schon ach was kommt das mir nur gerade so vor oder kann ich wirklich kein hä warum kann ich grad nichts das Ding ist verpackt was ist verpackt was ist verpackt ich kann grad nichts craften boah wie dein Stuhl knallt hey warum kann ich gerade keine Schaufe craften weil ich es nicht will weil ich Gott befohlen habe es nicht zu tun das kann ich craften hä oh no 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 ich kann keine Werkzeuge craften warte mal vielleicht wie das hier aber aber Stein warum kann ich mit Eis nichts machen mal Stein ach Mano Was ich hab das nicht versucht ohne Undown zu klicken Einfach so drauflos zu bauen Ich hab überall daneben getroffen Manu, du kannst das nicht. Wie hast du mich genannt, Säckel? Säckel? Ich weiß gar nicht, was das heißt. Ich weiß gar nicht, was du jetzt meinst, eher gesagt. Es ist eigentlich ein bisschen Ausdruck. Na, kleiner Säckel. Scheiße. Nein, Säckel ist sowas wie Idiot. Hey, du Säckel! Hast du den Leuten? Na? Du bist sowas Säckel. Du bist so Säckel, Alter. Du kannst nicht sagen. Komm um mich. Säckel, das ist doch. Säckel, das ist doch. Kralo. Russisch machen wir ja nicht. Kralo. Vor allem Russisch machen wir ja nicht. Okay, ohne Russisch. Okay, kann es nicht. Das bei Honey Boy irgendwie das animierte Fackeln, die sehen irgendwie komisch aus. Also die Partikel noch darüber, das sieht scheiß aus irgendwie. Was für Partikel? Ach egal. Mit welchen spielst du eigentlich gerade? Edge Jackson? Ja, mit Photorealism. Ah, der ist so. Ne, ich spiel mit Honey Boy. Das ist... Uuuuuh. Achtung, du... Da ist ein dunkler Gang jetzt. Warum? Weil ich hier gerade baue. Wo? Loch. Jaja, wir wissen. Oh. Loll, guck mal, was ist das hier für ein Bug? Ich kann es nicht, komm. Dreh dich um. Licht. Licht. Und wo? Hä, da ist Koki nicht, wo du gerade bist. Bei mir schon. Bei mir aber nicht. Ja, aber bei mir. So zufrieden. Oh, Licht. Das Licht. Das Licht Gottes. Nein. Du wirst doch wohl jetzt nicht darum, dass ich mein Holz für deinen scheiß Tunnel mache, ja? Ich muss ja mit meinem Coppestone mein Tunnel machen. Hättest du was gesagt? Mein Tunnel. Ich hätte den Coppestone sehr gut gebrauchen können, ja. Hättest du was gesagt? Ah, Licht. Ich habe jetzt gerade irgendwie, dass kein Quieber jetzt hier runterkommt. Soll ich? Ach ne, ich kann der war nicht. Nein. Ich hätt mir einfach. Boah, was? Wenn ja, hab ich Spelt. Wagsst du. Das sind dann auf einmal auszusehen 500 Quiebern deinen. Ja, natürlich, ist doch cool. Wir machen eine kleine Fieberparty mit Bum 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 bum. Das ist zufällig natürlich. Genau. Ich glaube, wir müssen dann oben ein bisschen Erde verlesen. Was? Mach das doch nicht! Mach das doch nicht! Mach das doch nicht! Mach das doch krass! Nein, ich hab nicht geskippt! Nein! Au! Au! Jetzt fehlt noch ein Creeper, alter. Mach das doch nicht weg, du Idiot! Wieso? Ja, hallo, es ist dunkel! Ach so! Ach, egal. Mach das doch so! Hallo, hör doch auf, das wegzumachen! Oh, Skelett! Oh, du bist so ein Idiot, der ist echt! Mach das Skelett kaputt! Wo ist es? Wo ist es? Komm, ein Kleiner! Ich bin ein sehr starker Krieger, der sich vor nichts, äh, der vor nichts Angst hat. Aha. Ja, ich glaube, sie ist gerade schon wieder abgeregt, das ist leider irgendwie gerade gekommen. Ja, ja, machen wir mal weiter weg hier, Leute! Das sieht irgendwie geil aus. Oder? Hm. Ob es verlassen kann, muss er auch wieder rum nicht. Lass die Erde wegräumen. Oh ja, erstmal wegräumen, das ist... Oh oh. Oh oh! Scheiße, kommt da. Ja, stimmt. Hey, komm, Back. So, jetzt. Hm, Dreck, kommt da rein. Na? Na? Nur abscheißen. Ja. Machen wir noch weiter? Nein. Hast du die Aufnahme schon beendet? Nein. Oh. Aber ich würde noch... Ja, gut, okay, es hat eh keinen Sinn. Nee, wenn du jetzt gleich wieder abkackst. Ich kack mich noch mal ab. Nein, das gleich... Weg. Nein, ich bin doch da. Ja, gleich nicht mehr wetten. Das ist der Thron. Na gut, Leute, da war es das erste Mal. Es hat keinen Sinn mit der gerade. Sein oder nicht. Sein. Das. Ruhe. So, okay, dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.